einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen hier im kino des dff des deutschen filminstituts und filmmuseums und ich bin gerade total begeistert ein voller saal das ist tatsächlich jetzt ein hochgenuss für jeden cineasten dass es wieder lebt das freut uns sehr und dass sie diesen wunderbaren film heute besuchen den wir als preview vor kinostart hier ihnen heute abend präsentieren dürfen und ich will gar nicht viel vorweg sagen wir haben den regisseur heute abend hier zu gast thomas von steinegger herzlich willkommen bei uns in frankfurt dankeschön ich hoffe sie sind nicht enttäuscht dass ich nicht werner herzog bin aber aber du bist ihm sehr nahe gekommen ja ich habe noch seinen glanz du hast ihn gestern getroffen muss man ja ich bin seit montag quasi unterwegs gewesen mit ihm in münchen und berlin und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel sagen damit sie den film unvoreingenommen sehen nur vielleicht eine kleine anekdote der vielen werner anekdoten der letzten tage die ich noch so langsam verarbeiten muss werner wurde dann vorgestern gefragt ob er nicht bedenken gehabt hat dass da ein film über ihn gemacht wird und er meinte dann nein meine filme sind so stark die kann man nicht verblödeln hoffe ich dass sie seiner meinung sind dass der film seine filme nicht verblödelt hat und wir reden dann später ausführlicher über alles genau bleiben sie unbedingt sitzen bis zum schluss dann kommen wir wieder schon mal großen applaus thomas von steinegger schön dass du da bist vielen dank und film ab ja was für ein film was für ein werk über einen mann der sehr besonders ist der und man merkt richtig was der für eine wirkung auf einen hat wenn man nur diesen film sieht ich frage mich natürlich was für eine wirkung hat dieser mann auf dich entwickelt was wie hat sich dein leben verändert seit du ihn kennengelernt hast gar nicht so groß eigentlich also ich habe ja schon gesagt ich bin noch so am verarbeiten was da eigentlich passiert ist habe jetzt zwei jahre an dem film gearbeitet vor ziemlich genau zwei jahren habe ich den lucky angerufen und gefragt den ich nicht kannte ob ob man einen film machen könnte und dann hat es ein jahr gedauert wo ich werner mehr oder weniger über skype kennen gelernt habe weil wegen corona und ich auch nicht nach los angeles fliegen konnte und dann war mal in münchen haben wir uns getroffen und dann haben wir ziemlich vor genau einem jahr haben wir zu drehen angefangen es waren dann vier monate an den drehorten die man da gesehen hat ich würde kurz einhaken wollen dieses erste treffen ja magst du mal beschreiben wie das ist hat er da quasi gesagt ich habe selber ideen wie das aussehen soll dann oder nee dann hätte ich den film auch nicht gemacht also es war schon immer klar auch von meiner seite aus dass das entweder ich kann den film so machen wie ich machen möchte oder der film wird nicht gemacht aber dass da ist er auch das sieht man glaube ich auch in den aufnahmen auf lanzarote wo er diese workshops gibt er ist ein unglaublich großzügiger mensch der auch sofort spürt wenn da ein projekt ist was was eine eine klare vision hat und dann unterstützte diese vision ohne wenn und aber auch wenn ihm das irgendwie wenn das nicht seine ästhetik ist aber es ein unglaublich guter lehrer so und das erste treffen das war im nachhinein hatte ich glück dass corona war weil es ist ja immer total schwierig wenn man jemand trifft der ein nicht kennt und man kennt ihn aber ja wie stellt man sich dem vor ich kann jetzt nicht sagen ich bin wahnsinnig toll machen sie den film mit mir ja dann so und durch corona und dadurch dass ich nicht nach los angeles konnte habe ich ihm dann einfach zwei meiner fünf romane geschickt und dann dazu ein brief geschrieben ja mehr oder weniger wo ich erzählt habe wie ich seine filme und seine bücher vor allem kennengelernt habe also er war tatsächlich für mich als als junger mensch als schriftsteller wichtiger als wir als filmemacher und dann hat er tatsächlich diese bücher gelesen und beim beim skype gespräch haben wir uns dann erstmal über die bücher unterhalten und dann so allgemein über die über literatur sehr viel über hölderlin also ein großer hölderlin verehrer der auch hölderlin auswendig kann und dann relativ wenig eigentlich über den film und ja und am schluss habe ich dann irgendwie wie schaut es aus machen wir es und dann meint er ja okay können wir machen radical dreamer heißt der film ich finde es ganz toll wir diesen roten faden des träumens oder nicht träumen können so durch den film zieht magst du uns ein bisschen teilhaben lassen wie sich das entwickelt hat hast du das schon relativ früh erkannt dass das so etwas sein könnte oder wie ist das geschehen ja also es ist ja immer die magie des films dass man dass man nicht alles in der hand hat das ist beim buchschreiben ist man irgendwie so master of the universe man kann jedes wort stammt von einem selbst und man kann bestimmen wohin die reise geht beim film gibt so viel gewerke die auch mitbestimmen also kameramann ganz wichtig schnitt wahnsinnig wichtig musik ja und klar es war war einerseits gab es vorgaben dadurch dass wir wussten okay wir der zeitplan ist ziemlich straff und man hat jetzt diese vier monate zum drehen wo ist werner in diesen vier monaten und was was wird er dort erleben da folgen wir ihn und natürlich war irgendwie klar dass das dass ich in sachrang mit dem drehen muss weil sachrang wer seine autobiografie gelesen hat weiß es auch dann nimmt sachrang und für ein drittel des buches ein ist ein wahnsinnig wichtiger ort für ihn das war irgendwie klar es war auch natürlich klar dass diese geschichte mit fitz caraldo vorkommen muss das agiere vorkommen muss das klaus kinski irgendwie vorkommen muss ohne dass es sich jetzt zu sehr doppelt mit den geschichten die man sowieso schon kennt ja das war so ein bisschen die schwierigkeit dass man dass man dass ich natürlich letztlich geschichten erzähle die ein herzog fanatiker wie es wie ich dann erfahren habe ziemlich viele gibt die diese geschichten natürlich kennen trotzdem habe ich versucht sie nicht zuletzt darf dass ich viele leute aus dem umfeld zum ersten mal interviewt habe dass ich sie anders erzählt habe sehr wichtig für werner aber auch für mich war dass diese die filme die er in seiner amerika zeit die er noch immer andauert gemacht hat und die sich auch nicht nur auf die dokumentarfilme beschränkt von dem man vielleicht ein paar kennt in deutschland sondern eben auch diese spielfilme dass die gefeatured werden ja also der um es kurz zu machen der eigentlich die die struktur war war von anfang an ziemlich klar ich saß jetzt neben dir auch während du mitgeguckt hast und du hast auch öfter mal richtig herzlich gelacht auch noch also richtig gemerkt ihr habt es auch nur mohr reinbringen wollen in diesen film ist er drin genau also das ich glaube das kommt immer zu kurz dass das die filme von werner eigentlich wahnsinnig humorvoll sind auch bei dem bei den darstellungen von kinski das kann man ja durchaus auch als als trage komisch mindestens auffassen ja noch dazu kommt glaube ich dass er ist halt bayer ja und ich komme aus dem nachbartal wo er aufgewachsen ist bin ich geboren worden und aufgewachsen insofern das verbindet aber dass das verbindet auch so das bayerische was so glaube ich leute die nicht aus bayern kommen immer so ein bisschen vor den kopf gestoßen sind und auch nicht klar einordnen können aber zwischen den zeilen ist ja immer wahnsinnig viel humor ja und das da blecken spielt immer eine große rolle apropos bayerisch er spricht fast den gesamten film über englisch wie das war seine entscheidung oder nee ich wusste dass die frage kommt nee die die das hat mit der etwas komplexen produktion des films zu tun weil der film ist ist eine deutsch englisch amerikanische co-produktion und dass das verrückte an werner ist ja auch dass er in amerika viel bekannter ist als in deutschland also das sieht man ja auch daran dass er in den simpsons mitspielt das würde er nicht wenn wenn er nicht sozusagen ein hausholt nehmen ist ja er ist einfach wie wenn das auch gesagt er ist so der deutsche ja und ja und dann war klar wenn man wenn man das für ein hauptsächlich angelsächsisches publikum macht dann was zudem an diese stimme gewöhnt ist siehe die simpsons dann muss man diese stimme auch im original hören in deutschland stellt man sich natürlich die frage und die habe ich mir auch am anfang gestellt müssen wir das jetzt wirklich auf englisch mit ihm machen ich bin ja auch kein englisch muttersprachler die anderen sprechen ja deutsch das ist ja das hier genau aber die hauptfigur sollte im englisch sprechen das war letztlich eine der wenigen entscheidungen die von den produzenten getroffen wurde und die ich mich gefügt habe ja wo beide sich das dann wunderbar ergeben hat weil eben bei diesem ersten treffen das sieht man ja auch in sachrang war dann werners frau lena zufällig dabei das war nicht geplant das habe ich am abend davor erfahren dass dadurch war es dann natürlich dass er englisch spricht weil mit ihr obwohl sie russin ist spricht der englisch ihr hattet eure premiere bei einem richtig großen festival bei tellerite in den usa auch und mich würde natürlich interessieren wie waren da die ersten reaktionen und unterscheiden die sich eventuell von denen die du in deutschland schon erlebt hast ja also generell ist glaube ich ist es genau irgendwie entgegengesetzt ist das deutsche publikum ist mehr so an dem amerikanischen teil interessiert und da erstaunt und auch irgendwie in ohr von denen von den stars die man da auffährt und das amerikanische publikum weiß relativ wenig über den neuen deutschen film und wenn dann irgendwie ein mann in lederhose durchs zerstörte münchen läuft ist also so und dass die premiere war insofern special weil das war an werners geburtstag und es war irgendwie ich weiß nicht ein kino mit 1000 leuten und der die geburtstagsüberraschung der organisatoren bestand darin dass jeder dieser 1000 leute eine werner herzog maske aufgesetzt hat 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 sich selbst war so biegen biegen schon melkowitsch weiß nicht ob das ob er sich so gefreut hat ich habe das foto gesehen war ein bisschen spooky aber das ist vielleicht auch das stichwort wir wollen das gespräch auch nicht alleine führen das heißt wenn sie sich beteiligen möchten geben sie ein kurzes zeichen und ich komme mit dem mikro zu ihnen weil wir zeichnen das nehme ich auch auf also ich gebe es mal durch relativ am anfang des films da war herzog noch ein junger mann vielleicht 35 40 sagte er dass filme machen keine gute tätigkeit ist dass man aufpassen müsste nicht zu viel davon zu machen und jetzt macht aber 40 jahre später immer noch filme sind sie diesem phänomen auf die spur gekommen hängt es vielleicht damit zusammen was zum schluss anklang er hätte jetzt wieder die volle kontrolle ja also ich glaube es ist einfach undenkbar dass er dass er aufhört filme zu machen das kennt dieser künstler typ ist ja auch bekannt das ist ein mensch der für seine arbeit lebt da gibt es auch also klar er hat so hobbys fc bayern münchen ist zum beispiel ein großes hobby von ihm und steaks braten aber und lesen aber so viel andere hobbys hat er nicht wenn man mit ihm spricht was machst du wie geht es dir dann ist auch immer sofort das erste das nächste filmprojekt oder die nächsten filmprojekte weil er immer mehrere gleichzeitig hat ich denke schon dass das dass ihnen auch diese begeisterung die er in amerika spürt noch mal so beflügelt hat und auch aufwind gegeben hat weil er weil das wurde im film so bisschen unter den teppich gekehrt weil auch aus zeitgründen und ja dass er wirklich einen tiefen karriereknick hatte in deutschland also auch die filme die er da gedreht hat schrei aus stein oder später invincible die sind in deutschland komplett untergegangen das waren jetzt auch nicht die besten filme muss man sagen ich habe mich oft gefragt was gewesen wäre wenn er nicht nach amerika gegangen wäre also was für filme wären entstanden hätte er dann mit moritz bleibtreu irgendwelche filme gedreht oder til schweiger sowie wolfgang petersen der dann irgendwann aus hollywood zurück kam und mit bully herbe glaube ich was gedreht hat ich weiß es nicht aber insofern hat ihn das glaube ich neu belebt so weitere fragen ja ja erstmal vielen dank für den film ich mich würde interessieren wie du entschieden hast welchen film von herzog du viel raum gibst und welchen du wenig raum gibt beziehungsweise welche du ganz weglässt als filmisches zitat oder auf die du vielleicht auch keinen bezug genommen hast weil du gibst den drei produktion mit kinski relativ viel raum andere kommen eher wenig zum zug und ich würde einfach den prozess interessieren wie hast du entschieden oder nach welchen kriterien hast du ausgewählt ja sehr gute frage auch schwierige frage also sagen wir mal zwei filme mit kinski waren gesetzt fitz carraldo ist so zentral das musste rein auch weil wir einfach dieses dieses nie gezeigte material von der ersten fassung zur verfügung gestellt bekommen haben das ist man hätte da noch mehr reinschneiden können das hat sich dann einfach nicht ergeben aber es gibt tatsächlich eine ganze halbe stunde von dem von dem film die ich auch nicht kannte also das ist ganz wichtig gewesen dann agiere musste auch rein und auch die die entstehungs geschichte war so wild dass es zentral war auch ebenso verrückt dass der film erst mal ein totaler misserfolg war drittens nosferatu eben auch wieder mit kinski ist im angelsächsischen raum tatsächlich der bekannteste und erfolgreichste film gewesen deswegen musste der auch irgendwie rein hat man natürlich drei filme mit kinski klar ich persönlich deswegen tauchte auch eva mattes in dem besonderen dank auf hätte gern noch stroschek besonders behandelt weil es auch für mich persönlich ein sehr wichtiger film ist und bruno s überhaupt sagt werner auch inzwischen der der bessere und interessantere schauspieler als klaus kinski war und ich hatte eben auch ein interview mit eva mattes geführt und dass das hat sich irgendwie nicht ergeben rhythmisch also man sitzt dann im schneideraum hat so sieben minuten ausflug zu bruno s und mit interview eva mattes und stroschek und es genau da hängt dann der film und dann kill your darlings dann muss das eben rausgeschnitten werden ja also sind oft dann auch so so sachen die im schneideraum passieren was mir wichtig war war zum beispiel das lektion in finsternis reinkommt weil das ein dokumentarfilm ist der nicht so bekannt ist tatsächlich der aber in meiner herzog top ten ganz oben rangiert so ich würde gerne eine frage noch anschließen weil ich finde mick jagger in dieser rolle ganz famos und faszinierend und weißt du ehrlich gesagt oder wusste sehr sehr wenig darüber hat er noch auch ein bisschen dir das erläutert wie es dazu kam weil ich meine auch damals war mick jagger schon richtig große nummer ja also die kannten sich vorher jetzt auch nicht aber mick jagger kannte eben die die filme von von werner und war dann bei der anfrage wohl leichter zu überzeugen als jason robarts also dieses dieses andere material ist tatsächlich auch sehr sehenswert muss ich sagen es ist einfach man kann eben auch nicht alles in so 100 105 minuten reinpacken wo kriegt man das sehen das liegt jetzt glaube ich offiziell in der kinematik und ist da bestellbar in berlin alles klar gibt es ich muss auch noch sagen es hat dummerweise nach nach picture lock hat nach einem jahr beharrlichen nachfragen hat mick jagger einem interview zugestimmt und das war natürlich bitter ja aber gut ist auch so eine wunderbare szene geworden gibt es weitere fragen ja ich komme zu ihnen also ich hätte es nicht geglaubt aber es ist ein film geworden der der vielseitigen oder des paraten persönlichkeit von werner herzog gerecht wird wie haben sie das geschafft er danke für für das kompliment ich weiß es nicht ich habe einfach ich glaube wir haben so ein g eine gegenseitige vertrauensbasis gefunden ohne dass wir viel reden mussten so über die literatur und über das bayerische und irgendwie ohne da jetzt irgendwas zu überstrapazieren sind wird uns doch irgendwie so im wesen ähnlich ja ohne dass ich jetzt in den urwald muss aber so im im in den basic basic stuff sind wir uns ähnlich und da muss man nicht viel reden da geht man an den drehort und dann da nickt man sich zu und legt los in dem zusammenhang möchte ich vielleicht eben auch noch mal auf dich kurz zu sprechen kommen weil du eben nicht nur filme machst das ist jetzt quasi zwar dein erster kinodokumentarfilm aber fürs fernsehen hast du schon viele tolle porträts vor allen dingen gemacht du schreibst wir haben schon gehört romane comic mäßig bist du auch aktiv es wahnsinnig viele preise gewonnen wenn man sich deine biografie durchliest welchen stellenwert hat das filmmachen da und erwarten wir jetzt auch noch mehr kino von dir so ja also ehrlich gesagt hat das kino ein sehr geringen stellenwert in meiner arbeit obwohl ich es jetzt die letzten jahre hauptsächlich gemacht habe mir macht einfach sehr viel spaß es ist so auch vielleicht das was 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 werner zu so einem film fanatiker macht es ist ja nicht nur das produkt was man da sieht sondern die vor allem die dreharbeiten selber sind wirklich so ein ja wie so ein extatischer zustand du nimmst einfach deine ganze umwelt viel intensiver war als wenn du normal durchs leben gehst du triffst leute die du sonst nie treffen würdest erfährst geschichten fährst an orte ist eine sehr eine sehr intensive form der existenz und und du wirst intensiv bitte zu intensiv nein nicht so ja man muss sehr vorsichtig sein muss aushalten um jetzt werner zu zitieren aber nee also diese das ist das was war was mich eigentlich am filmemachen genauso catcht wie dann im schneideraum zu sitzen und dass dieses das war ja waren ja wirklich tonnen von archivmaterial was da zur auswahl war wo man dann was zehn sekunden irgendwie raussuchen musste und das zu montieren macht auch einfach unglaublich viel spaß es ist irgendwie nicht so dieselbe arbeit wie das schreiben ich würde mich schon primär als schriftsteller bezeichnen aber ja das ist halt dass das 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 problem wenn man irgendwie zu viel leidenschaften hat bewahre sie die wir freuen uns auf viele weitere filme hoffentlich gibt es noch fragen oder kommentare von ihrer seite ich von der seite ran ja herzog eilt der ruf so ein bisschen voraus dass er um seine eigene existenz einen gewissen mythos ja aufrecht zu erhalten versucht und ich glaube was dir gelungen ist es relativ außergewöhnlich dass er dich so lang so nah an sich herangelassen hat weil es auch schon biografen gab denen das nicht gelungen ist meine frage wäre gab es bereiche die du gerne von ihm erfahren hättest oder themen die du in interviews gerne erfragt hättest wo er dann gemeint hat stopp hier möchte ich nicht klar werden oder hier möchte ich eigentlich nicht weil mich also dieses ganze privatleben und frauengeschichten das habe ich nie interessiert also das ist auch etwas was was nicht in diesen film gehört hätte das wäre natürlich ein großes thema gewesen aber das war das spielt fürs werk keine rolle mich hat interessiert woher diese woher diese bilder kommen unter welchen umständen sie entstanden sind auch welche welche leute daran beteiligt waren das war so für mich auch die große chance des films neben werner zum wort zu wort kommen lassen dass man die leute die jetzt noch leben sich einmal greift und und ihre perspektive auf das ganze anhört und waren die sofort alle bereit mitzumachen oder hat es manchmal auch überredungskunst bedurft also der der zweite kameramann der jetzt in den 70er jahren sehr wichtig war der diese der zum beispiel jeder für sich und gott gegen alle den kaspar hauser film gedreht hat schmidt reitwein der genauso toll ist wie thomas mauch der der wollte nicht ja sonst lass mich überlegen ja also dass das das erstaunliche war dass die ganzen hollywood stars sofort an bord waren es war dann eher schwierig da einen termin zu finden eben also nicole kit man hat irgendwie dreiviertel jahr gebraucht bis man dann so kurz vor knapp noch einen termin hatte geht man da einfach über die agentur oder wie läuft das in hollywood man beauftragt für sehr viel geld eine agentur in hollywood die nichts anderes macht als dort anzufragen ohne garantie dass dann zugesagt wird okay das hier anders sehr gut ich wollte noch eine szene mal ansprechen die du nicht im film hast die mich aber auch immer fasziniert hat in den letzten jahren in einem film von edgar reitz die andere heimat da gibt es ganz am schluss also spielt im 19 jahrhundert ganz am schluss eine szene da ist edgar reitz ein bauer in schabach und von ferne kommt humboldt angereist der eben dort den gelehrten sucht in schabach und fragt edgar reitz wohin muss ich und dieser humboldt das ist eben werner herzog und die beiden sind so miteinander verbunden auch über thomas mauch natürlich aber es passt eben auch genau zu diesem bild herzog der rausgegangen ist reiz der hier geblieben ist der sich sogar dezidiert mit diesem heimatbegriff auseinandergesetzt hat hat herzog noch ein heimatgefühl in irgendeiner weise ja absolut toll zu bayern und vor allem zu sachrang also da ist er wirklich jedes jahr und geht zum wasserfall und ins wirtshaus und also er ist einfach auch auch hörbar in los angeles immer noch ein bayer ne also und ich finde das großartig wie du eben diese welten zusammengebracht hast da kann ich mich nur anschließen gibt es noch weitere fragen oder kommentare ansonsten kann ich ihnen nur sehr ans herz legen denn es ist besonders wichtig am allerersten wochenende des kinostarts dass da viele menschen in die kinos gehen hier in frankfurt wird er im mal sehen zu sehen sein oder ich hoffe es ich denke ja ich habe irgendwie sowas gehört genau also dann sagen sie es bitte weiter nächste woche donnerstag startet dieser wunderbare film und wir sagen jetzt schon mal einen großen applaus und vielen dank dass du gekommen bist thomas von steinecker vielen herzlichen dank und ich möchte noch ganz kurz werbung machen wir haben nämlich zwei tolle weitere gäste in den nächsten wochen am ersten november wird marelle klein hier sein sie hat mit ihren letzten beiden filmen die preise der internationalen filmkritik beim filmfest münchen gewonnen am ersten november und am sechsten november christian petzold hier zu gast mit seiner carte blanche jetzt wünsche hier einen schönen nachhause weg bis bald dankeschön